Hallo Frau Dienel, Sie sind Leiterin des Nexus-Institutes, das mit der Planung und Durchführung des Dialogprozesses Tempelhofer Feld, auf dem wir uns hier gerade befinden, beauftragt ist. Frau Dienel, im Dialogprozess spielen die zufallsausgewählten Teilnehmenden ja eine ganz maßgebliche Rolle. Wie genau sieht diese aus und wie werden die Teilnehmenden darauf vorbereitet? Also die Bürgerinnen und Bürger, die Zufallsbürger sind das Herzstück des ganzen Prozesses. Die werden ja per Los ausgewählt, das heißt aus allen Berliner Bezirken kommen Menschen zusammen. Jeder hat eigentlich die gleiche Chance teilzunehmen und diese Menschen sollen jetzt gemeinsam überlegen, worauf kommt es an, wenn das Feld weiterentwickelt wird in verschiedener Hinsicht. Damit sie das können, machen wir sie erstmal ein Stück weit selber zu Fachleuten. Das heißt, sie bekommen Informationen und zwar nicht nur aus einer Richtung, sondern aus verschiedenen Richtungen. Idealerweise zu jedem Thema haben wir dann immer eine Meinung, die A sagt und dann die andere, die B sagt. Und hier beim Tempelhofer Feld ist das Wichtigste natürlich die Frage, soll man das Tempelhofer Feldgesetz ändern? Soll man hier irgendetwas machen oder alles so lassen, wie es ist? Und das heißt auch diese Möglichkeit, alles so lassen, wie es ist, wird den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Die setzen sich damit wirklich intensiv auseinander. Und für uns ist ganz wichtig, dass eben diese Option, das Feld kann frei bleiben, auch immer eine Rolle spielt. Denn die Bürgerinnen und Bürger sind wirklich völlig frei darin, dann gemeinsam zu überlegen, worauf kommt es an? Worauf kommt es an im Hinblick auf das Klima, den Klimaschutz? Worauf kommt es an im Hinblick auf Freizeitgestaltung? Worauf kommt es an im Hinblick auf Wohnraum in Berlin, der ja so dringend fehlt? Und worauf kommt es eben auch an, um so diese Freiheit des Feldes tatsächlich auch zu bewahren als dieses ganz Besondere, was Berlin ja auch auszeichnet? Schauen wir uns mal diese Dialogwerkstätten etwas genauer an. Wann finden diese statt und was passiert konkret bei diesen Dialogwerkstätten? Also erstmal ist wichtig zu sagen, die Teilnehmenden entscheiden jetzt nicht über die Randbebauung. Das ist ja so die große Frage, die im Raum steht. Das ist überhaupt nicht Gegenstand des Verfahrens, dass sie da jetzt eine Entscheidung treffen, die dann auch irgendwie bindend wäre. Sondern das Vorgehen ist etwas anders. Richtig los geht es dann im September, zwei Wochenenden im September, jeweils zweitägig. Dann kommen sie alle hier zusammen und bekommen dann ein Programm von uns, das erstmal dazu dient, ihnen das Feld vorzustellen. Es ist ja gar nicht so, dass alle schon mal hier waren. Ganz viele werden das gar nicht kennen. Das heißt, die begehen das Feld, sie lernen die Geschichte kennen, sie hören auch von den verschiedenen Initiativen und Engagierten. Sie hören natürlich auch die Geschichte des Volksentscheids und das Zustandekommen des Tempelhofer Feldgesetzes, was damit verbunden war, was das auch bedeutete für die Gesellschaft in Berlin. Und dann werden wir das thematisch aufteilen. Das heißt, zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Klimaschutz, Freizeitgestaltung, sind die Teilnehmenden aufgefordert, ihre Position deutlich zu machen. Also, im Hinblick auf Freizeitgestaltung. Da kommt es mir auf dies oder das an. Oder im Hinblick auf günstigen Wohnraum, ist es für mich wichtig das. Und diese verschiedenen Punkte, die die Teilnehmenden dann miteinander besprechen und als Empfehlungen formulieren, werden im zweiten Wochenende abgestimmt, dass man wirklich sagen kann, dieser Mini-Public, dieses Klein-Berlin, hat folgende Empfehlungen an den Ideenwettbewerb. Die Empfehlungen der Dialogwerkstätten sind dann ja die Grundlage für den Ideenwettbewerb. Das heißt, die Teilnehmenden wissen genau das, was sie hier empfehlen. Das landet nicht in der Schublade. Nein, das ist die Basis dann für internationale Architekten-Teams, die daraus Vorstellungen entwickeln, wie es konkret aussehen könnte. Und wie ganz konkret erarbeiten sie diese Empfehlungen? Sind das Workshops, sind das Einzelarbeiten? Wie sieht diese Arbeit konkret an den Wochenenden aus? Die Arbeit in den Dialogwerkstätten ist sehr strukturiert. Wir teilen die verschiedenen Themenfelder in einzelne Arbeitseinheiten auf, damit man die auch gut bearbeiten kann. Und in einer konkreten Arbeitseinheit werden dann erst kurze Experten oder Expertinnen-Inputs gegeben, am besten sowas wie Pro und Contra. Dann teilen sich die Bürgerinnen und Bürger auf in kleine Gruppen, in Fünfergruppen, die unmoderiert sind und diskutieren miteinander. Wie finden wir das? Wie hat das auf uns gewirkt? Haben wir vielleicht noch Fragen? Und was empfehlen wir vor dem Hintergrund? Und dann erarbeiten sie so Eckpunkte für Empfehlungen. Die werden nachher in der größeren Gruppe zusammengetragen und wir unterstützen dann bei der Redaktion. Aber wir schreiben keine Empfehlung selber. Alle Empfehlungen werden von den Bürgerinnen und Bürgern selber geschrieben. Es gibt dann auch einen Moment, wo alle nochmal auf alle Empfehlungen gucken können zu allen Themen, dann auch Punkte kleben können. Diese ist mir besonders wichtig. Also sozusagen Voten, Daumen hoch, Daumen runter. Und dann gibt es richtig eine Abstimmung. Und dann sehen wir auch, diese Empfehlung wurde von 100 Prozent der Teilnehmenden unterstützt. Diese Empfehlung von vielleicht 53 Prozent und 53 Prozent Zustimmung, das ist für uns schon eigentlich keine so starke Empfehlung mehr. Nicht? Die Empfehlungen, die von 100 Prozent oder 80 Prozent der Teilnehmenden unterstützt werden, das sind am Ende die echten Ergebnisse der Dialogwerkstätten. Die Empfehlungen, die die Teilnehmenden erarbeiten bei den beiden Wochenenden, was passiert dann damit? Die Empfehlungen, die dann am Ende des zweiten Wochenendes abgestimmt sind und redaktionell gefasst und formuliert sind, die gehen ein in den Ideenwettbewerb. Die gehören dann praktisch zu den Ausschreibungsunterlagen des Ideenwettbewerbs und die Aufgabenstellung des Ideenwettbewerbs ist, das umzusetzen oder halt zu berücksichtigen. Und wie genau sieht der Ideenwettbewerb aus? Bei dem städtebaulichen Ideenwettbewerb wirken die Bürgerinnen und Bürger an drei Punkten mit. Der erste Punkt ist, sie entwickeln diese Empfehlungen. Die Empfehlungen sind dann Teil der Ausschreibungsunterlagen. Da steht ganz genau drin, was Berlin will sozusagen von dem Feld. Und dann sind die Architekturbüros aufgefordert, daraus was zu machen. Der zweite Punkt ist, es werden einzelne, fünf insgesamt, Bürgerinnen und Bürger auf diesen Wochenenden gewählt. Die werden dann Jurymitglieder. Sachpreisrichtender heißt das. Und als Jurymitglieder haben sie genau die gleichen Rechte wie die fachlichen Jurymitglieder. Damit sie das gut können, begleiten wir die auch. Wir coachen die, damit die auch, sagen wir, standhalten können in so einer Jury und nicht denken, wir sind hier nur die einfachen Bürger, wir trauen uns nicht, was zu sagen. Wir werden die sehr gut vorbereiten auf die Sitzungen, damit sie mit dem Fachvokabular zurechtkommen und damit sie wirklich auch sagen können, hey, hier sind unsere Empfehlungen nicht eingehalten worden, hier sind sie ganz toll umgesetzt. Und dann gibt es noch mal eine Dialogwerkstatt. Und dann können alle Teilnehmenden sich anschauen, was daraus geworden ist, was die Architekturbüros daraus gemacht haben. Können auch noch mal kritisch nachfragen, ist das wirklich das, was wir wollten? Und im Blick auf dieses konkrete Bild eines veränderten Feldes sollen sie dann entscheiden, wollen wir irgend so was in die Richtung? Wollen wir das Tempelhofer Feldgesetz ändern oder wollen wir es nicht? Inwieweit ist denn diese Empfehlung, die am Ende dann steht, wie auch immer sie lauten wird, inwieweit hat die Folgen oder ist sie bindend für und wenn für wen? Also grundsätzlich bei so einem Verfahren sind die Empfehlungen nicht bindend. Das sind eben Empfehlungen und die Bürgerinnen und Bürger sind ja auch keine gewählten Abgeordneten. Das ist am Ende eine politische Entscheidung. Unsere Erfahrung ist, dass solche Empfehlungen ziemlich viel Gewicht haben. Einfach, weil es dann sehr schwer ist oder eigentlich unmöglich ist zu sagen, naja, die haben alle keine Ahnung, die repräsentieren überhaupt nicht Berlin. Das stimmt alles nicht. Die haben Ahnung, die haben sich intensiv damit auseinandergesetzt, die haben überall das Pro und Contra erwogen und die repräsentieren in Berlin ziemlich gut. Sie haben ja sehr viel Erfahrung mit Bürgerbeteiligungsprozessen. Wie werden die 275 Teilnehmenden den ganzen Prozess mitmachen? Wie werden die am Ende darauf zurückblicken? Unsere Erfahrung ist bei solchen Verfahren mit Zufallsauswahl, dass die Leute natürlich zunächst einmal total überrascht sind, wie so ich. Wenn sie dann aber da sind und die anderen treffen, ist es für die meisten eine begeisternde Erfahrung. Wir kriegen dann oft so Äußerungen wie, das ist das erste Mal, dass ich mich wirklich als Bürger gefühlt habe, dass ich gefragt worden bin, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass meine Meinung richtig zählt, dann ist es meistens total faszinierend für Menschen, wenn sie so auf ganz verschiedene Leute treffen. Also wenn eben der Spandauer die Zehlendorferin trifft, wenn der Mensch, der erst seit zwei Jahren in Berlin ist, ein Migrationshintergrund hat, trifft auf einen alteingesessenen Bildungsbürger aus Wilmersdorf, wenn ein 16-jähriger Auszubildender trifft auf eine 80-jährige Seniorin aus Pankow. Das sind einfach Menschen, die sich sonst niemals begegnen und ja, es ist ein bisschen sowas wie ein Fest der Demokratie. Also meistens ist es so, und ich bin sicher, dass das hier auch so sein wird, dass die Teilnehmer am Ende fragen, ja, wie kann ich denn jetzt noch mehr teilnehmen? Solche Gefühle löst das aus und wir haben in der Regel wirklich eine begeisterte, enthusiastische Stimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern am Schluss und dann auch oft die Frage, ja, und wie kann ich mich jetzt weiter engagieren? Also das ist eigentlich was sehr, ja, Beglückendes zu sehen. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Dienel. Ich danke Ihnen für dieses Interview. Gerne.